Hallo, ihr Lieben. Nach einem gewohnten Saisonstart am letzten Wochenende bei bestem Wetter zeigt sich der April auch dieses Wochenende wieder von seiner schönen Seite. Es werden bis 20 Grad in beiden Wochenendtagen. Die Sonne wird scheinen. Wir haben die Woche genutzt, um die Bote zu putzen. Ihr seht, wir waren fleißig. Wir erwarten euch am Samstag am 31.30 Uhr.